Das nicht so schnell geht. Jetzt brauche ich eine Taschenlampe in der Hood. Wie hast du, Kina? Oh, hier ein Computer. Wir brauchen umgehen, Verstärkung! Aufstieg! Hier! Was ist das denn? Oh, von hinten. Oh, von hinten. Ey, meine Waffe ist ja weg, verdammte Scheiße. Ich dachte, ich kann ja noch lasern. Scheiße. Das sind wirklich Explosionshunde, verdammte Scheiße. Ja. Und noch ein Kommandant weg. Oh, Scheiße. Die Kiste. Was ist denn für eine Kiste? Da müssen wir aufbrechen, oder? Stehst du doch vor, hast du gerade hingeleuchtet. Naja, ich dachte, du meintest, du hast eine vernünftige Kiste, Mensch. Ist doch vernünftig. Wie sehe ich jetzt die Mütze nicht... Oh, Scheiße. Hey, hier ist er in der. Wo denn? Wo kommt denn der schon wieder her? Irgendwie ist das komisch mit der Taschenabwehr manchmal. Das ist... Nicht so wirklich gut ausgeleuchtet. Ne, es ist halt... Links von der Taschenabwehr ist halt richtig schwarz. Ja, also. Hm. Vor allen Dingen, wie können die uns sehen? Nach zig Geräte. Die haben nur nichts auf. Oh Gott, da sind ja noch viel mehr. Oh Gott, da sind die Taschenabwehr weg. Hey, die ist da drüben! Die Taschenabwehr, nach unten oder nach rechts? Rechts. Oh, jetzt hatte ich schon wieder eine Waffe, die kennt die Taschenabwehr kann, oder was? Ist das scheiße. Ich wechsle meine Position. Ich hab dich! Hey! Verstanden! Ich wechsle die Position! Ich renne da noch mehr rum. Das sind die Viet Cong. Ich weiß schon aus wie ein Viet Cong. Rüstung. Du hast doch eben auch schon wieder irgendwas kaputt gemacht, äh, ne Ecke. Ne, ne Küssen. Was hast du da für ein Aufwind, da war doch die Tür zum Aufsprengen, ne? Ne, ich hab aufgeschlossen, also aufgeschossen. Aber war nicht, oder was? Ne, das ist bloß ein Durchgang gewesen hier. Achso. Hey, wieso steht denn jetzt hier auch noch trotzdem was dran, ne? Achso, jetzt kann ich hier was machen. Muss ich da aufballern? Ja, ich müsste draufbauen, ne? Oh, die erste Giftmaschine ist zerstört. Achso. Oh, Gegner schon wieder. Oh, jetzt komm ich wieder über, angeschossen hier. Angeschossen kommen sie. Fuck, 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 auf, Lambert war. Was ist jetzt los? Scheiße, falsche Waffe für den. Was heiße? Du versperrst mir die Sicht. Ja, Schwester, du bist die Wächte, verdammt. Oh, von hinten, von hinten! Wichser. Jetzt noch mal Heilung. Oh, wie voll. Hey, wo bist du denn? Ah, da hinten. Wo ist die Heilung? Oh, weil die Kiste da. Ach da. Und die Kiste machst du nicht kaputt hier? Achso, da war ich gar nicht dran. Warten, Holzkiste, ja? Ja. Ist schon irgendwie, so nur mit der Tasche, aber echt blöd schon, ja? Ja. 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 Du gehst bloß in die nächste Etage wieder hoch. Achso. Aber eventuell müssen wir das sogar, weil von der Seite kommen wir ja scheinbar irgendwie nicht durch jetzt. Hier ist eine Kiste. Oh ja, hier ist eine große, ja. 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 Was hast du jetzt gerade gemacht? Nix. Du hast auf die scheiß Kiste gefeuert, auf die Tonne damit die explodiert, ne du Arschloch. Hier sind wir doch wieder am Start von eben. Ja. Dann geh ich einfach jetzt mal hoch und nicht runter. Hier ist noch eine Kiste. Ach, scheiße. Hä? Es ist... Hier ist nicht... Die Tür ist zu oder was, ja? Ja. Steht noch. Hier muss man den Elektro... Das Elektro-Kopf. So, hier brauchen wir jetzt, ne. Da ich ja eben aufgemacht, da geht's ja zu dem Innengift. Was ist, wenn du auf das Fass schießt, geht dann vielleicht die Tür auf? War da nicht ein Fass? Was ist denn? Oh, das war wohl an der andere Stelle. Oh, hier liegt noch was. Aber hier geht's doch weiter. Na ja, hier ist noch ne Kiste. Hier ist noch ne Kiste. Wird schon reingegangen ins Wasser? Okay. Ich hab keine Badehose mit. Oh Gottchen. Wir hätten auch die Treppe nehmen können. Was ist denn das für eine Treppe? Da ist noch... Geht's doch noch, weil gerade aus, weil da runter. Echt? Ja. Aber meine Taschnerbe geht auch nicht scheiße. Ja, im Wasser macht's Sinn. Ja, aber jetzt sehe ich ja auch nicht, wo wir hier hin. Ach, im Wasser können wir auch nicht springen. Das ist ja, äh, interessant. Na, so werden wir hier wahrscheinlich doch nicht lang müssen, wa? Ja. Und du sagst, hier ist ne Treppe, ja. Oh, hier unten ist ne Kiste, unterm Wasser. Ja, aber kann man unter Wasser schlagen. Ach nee, normal. Du meinst jetzt hier gerade aus, aha. Wenn wir das jetzt kaputt machen, dann kommen gleich wieder die nächsten angeschissen. Oh. Na, sei denn hin. Ich denke, ich würde den noch nicht kaputt machen. Der hab ich schon... Ich hab doch... Oh fuck, wo kommt er denn her? Ich lieg doch auf dem Boden. Oh, ich mich steh wieder. Oh. Super. Du bist in meiner Schiff, Ege. Hey, ich wechsle meine Position. Das waren ja wenig diesmal. Oh. So, wer jetzt lang? So, münzen, münzen, münzen. War ja nicht eben noch eine Kiste irgendwo. Na ja. Hier ist noch eine Kiste, oder? Nee, die kommen gar nicht aufmachen. So, was ist denn für ein Ding? Dieselkraftwerk notwendig. Na toll. So. Du weißt, wo lange, oder du redest jetzt gerade? Nee, das sieht man doch auf der Karte. Mhm. Wieso sammelt der manchmal die Sachen nicht ein? Ich hasse das. Ich find ja blöd, dass er die Kiste nicht immer ganz kaputt schlägt, sondern nur so einzelne kleinen Dinger, da ist immer blöd mit drin, find ich. So, wo bin ich? Da bin ich. Weißt du, Soph, manchmal dreht man nur schwer zu dir durch, wenn du alles um dich herum vergisst und dir Geschichten ausdenkst. So. Hm? War was, Jess? Hast du was gesagt? Hier sind zwei davon, das heißt, hier gibt es richtig die Action-Lay-Up. Wollen wir gleichzeitig aufmachen, oder was? Erstmal aufmachen. Ich werd aber auf jeden Fall, weil's hier heller ist, ein Gewehr benutzen. Ordentlich jetzt. Hier ist unten noch eine Kiste hinten. Okay. Ja, du sagst jetzt. Aufschießen oder nicht? Ja, mach mal. Scheiße, ja. Alle Maschinen sind zerstört. Gut gemacht. So. Jetzt müssen wir wahrscheinlich rechts, ja, rechts hinterm Wasser sehen. Ja, schon wieder weg. Und hinter uns kommt auch was, glaub ich. Ja. Scheiße, wie muss ich jetzt nachmachen, ey? Oh, nein. Nein. Hehehe. Ein Bombenköter. Hab's dir sehen. Ich glaube an dich, Schwester. Danke, Schwester. Oh, derbe, Jess. Wege weg der neuen Position. Oh, was ist das denn? Oh. Was war denn das jetzt schon wieder? Waffenmeisterstufe erhöht bei mir, oder? Warte. Oh, was hält das? Weiß ich nicht. Vielleicht die öfter mal eine Waffe benutzt, dass so ein Stärkerwütty oder so wird? Das wär cool, ja. Ich hab Monty gehört, glaub ich. Okay, doch nicht. Du wirst jetzt einmal gucken, wegen Waffenmeisterstufe, ob du irgendwas lesen kannst, oder? Ich weiß ja nicht, wo das jetzt stehen soll. Die sind ja direkt an der Waffe, weißt du. Äh. Ach so. Oh, 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 wer ballert denn jetzt auf mich? Was? Oh. 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 Da stand gerade was. Ach ja, man muss tatsächlich eine gewisse Anzahl an Kills machen. Hm. Und dann kriegt man, also ich hab jetzt zum Beispiel Waffenstufe 1 damit und hab mehr, plus 4% mehr Schaden. Hm. Das steht direkt bei der Waffe, oder was? Ja. Ach so, Meisterung. Ach hier, Fortschritt, zum Beispiel 82. Ich brauch, ach so. Woah, du brauch noch ewig, ey. Woah, du musst noch ein bisschen besser treffen. Oh, Schloch. Also muss ich da mit mehr schießen und da mit mehr schießen. Gerade mit denen, die ich ausgerüstet hab am meisten, na. Ja. Komm ins kühle, nass. Ach ja, bist du schon. Ja, ich will doch. Hey, was? Ja, ne, aber. Hey, 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 hey. Eichenbecher. Oh. Hey, sind wir hier, das fertig jetzt, oder was? Das haben wir jetzt fertig erstmal. Oh. Ich bin jetzt bloß ein bisschen... Ich hoffe, wir sind hier richtig. Und? Ja, sieht gut aus. So, dann kannst du wieder Tschüss sagen. Tschüss. Hey, Jess. Ich glaub, ich brauch hier deine Hilfe.